Ach, King of Queens ist einfach das Geilste. King of Queens ist, ja, es ist so witzig und es ist so schräg und wie die miteinander leben. Also es ist eine Comedy, die ist so überhöht und ja, auch wieder gar nicht. Und trotzdem ist sie total realistisch, wie die alle miteinander umgehen. Die Probleme, die haben der Vater, der da im Keller wohnt. Und die gehen eigentlich so miteinander um, finde ich, wie Menschen oder Familien miteinander umgehen sollten. Weil das ist so, das ist dieser etwas raue Ton und trotzdem mögen sich alle und sie haben Witz und Humor und jeder offenbart sich so in seiner totalen Unfähigkeit dem Leben gegenüber und allem gegenüber, was das Leben so bietet. Und das finde ich halt ganz toll. Also es ist halt auf einem ganz hohen Niveau und wirklich irrsinnig witzig.